Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Der Commander ist natürlich wieder am Start und es geht weiter. Wir sind immer noch so ein bisschen Shortage-mäßig unterwegs bei Maschinenteilen. Gucken wie es weitergeht. Das war wahrscheinlich... Äh, ja genau, mehr Bewerber. Schön. Ich habe eine neue Kuppel Scheiße da hier. So, dann schieben wir das da hinten noch her. Das machst du so. 66 Prozent, Alter. Wo hast du hier 66 Prozent? Oh, wow. Alles klar, Junge. Nicht schlecht. Schauen wir doch mal nach unseren beiden hier. World Rundlern oder wieder Tice. Der ist ja leer gewesen, ja genau. 45, was? 20. Schnauze. Jetzt habe ich vergessen, welche Nummer das war. 22. 32. 45. Ja, dann nimmst du den. Das wird in der Geschichte runtergehen. Schön. Endlich. Mache ich aber noch nicht, weil dann würde ich mir nämlich wieder selber ins Bein schießen. So, das sind ja Wissenschaftlänge. Zwei, wie viel braucht ihr zur Vollbesetzung? Zwei, vier, sechs Stück. Drei haben wir noch da. Da brauche ich noch... Ne, das ist drei Botaniker. Drei Botaniker und dann, äh... Ja, normale halt. Neun, auf jeden Fall. Schauen wir einfach mal nach, wie viel so ein Ding nochmal aufnehmen kann. So eine Kolonie. 14, okay, 14. Drei, neun. Da fehlen noch fünf. Rein theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Ach, zwölf. Boah. Dann kann ich eine Arbeitsschicht komplett füllen und eine Net. Ja, das ist irgendwie wieder total scheiße. Äh, aha. Das ist doch ätzend. Ich brauche auf jeden Fall hier ein Ding. Ich will die sowieso... Saatgut. Nicht Saatgut. Ja doch, Saatgut. Ich glaube, das Essen dann dafür reicht. Ich bin wieder echt unschlüssig. Schauen wir doch einfach mal. Es sind ordentlich viele, wie wir... Ah, 200, Alter. Das ist... So, super. Nein, nein, nein. So. Filter den Schmarrn durch. Ich suche jetzt als erstes alle Botaniker zusammen. Anwenden. Botaniker sind... Wie viele Botaniker braucht sich? 6, um das auf jeden Fall voll zu machen. 3 habe ich schon. Also brauche ich 3. Der ist fit. Den schmeißen wir raus. Äh, Überlebenskünstler. Klassen ist gut. Partilö, wie vielfach hast du vielleicht raus? Jawohl. Wie vielfach hast du vielleicht auch raus? So. Jetzt sind dann schon mal meine... So. So. Ahem. Dann schicke ich einen Mediziner schon mal mit. Äh, und da stimmt es, sind ja dann Geologen. Filter, da werde ich erstmal... Spezialisierung werde ich nach Geologen suchen. Oder sind es Ingenieure? Ingenieure. Ach ja, genau. Arbeiten in Fabriken und der Geologe ist dazu. Gerne euch Traktorgebäude. Ha. So, Geologe. Das sind ja alles arschige Geologen hier. Nehme ich 4 Geologen mit. Da habe ich aus. Nein, ja. Fuck. Wie viel Geologe war das? Genau. Aus. Ja. Ah. Was? Jo. Jo. Jawohl. xoxo penner party flickser aus bis kopf die ich nämlich somit sind vier biologen genau drei botaniker das sind ja sechs stück die da drin sind und den rest füllen mit keine spezialisierung auf jeder nehmen wir noch einfach mal offizier genau nehmen man offizier mit und schmeißen die medien rein in der nähe von ranch ist alle wissen verarschen nein nein dich nehmen wir mit genau nicht mal offizier noch mit ja nehmen wir noch ein wissenschaftler mit so ran an die tüte trotzdem starten und da muss ja auch parks bauen so wasser jetzt braucht das ding beton dürfte ich aber noch haben hoffentlich kleiner winziger garten die kann man nicht den patienten fickt essen können sie ja da kaufen hier ist nur ein kleiner park kleine shit casino bräuchten das ist ja wieder so riesig ja das ist echt riesig ich habe hier eine kleine weltraum bar noch hin und da drüben einen verschissenen garten jawohl der ton ist fertig strom Stimmt, Beton. Einladen. Nehmen wir mit. 20. Aha. Wie hast du noch? Ja, 15. Das ist ja perfekt. 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 Oh, wow. Das ist ja perfekt. 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 Jawohl. Der ist auch fast wieder zu Hause. Schön. In einer Ewigkeitsreise. 20, Alter. so wieder 41 ins seien dieses mit teilzeug aber leute das war es mal wieder für die heutige folge ich hoffe jetzt gefallen wenn dann lasst es mich wissen schreibt kommentare drückt ihn da noch um vor allem seit das nächste mal wieder dabei wenn es heißt wieder hier bei surviving mars auf dem mars tschüss